Ja, ein herzverfrührendes Moin Moin und herzlich willkommen zu einem... Ja, wie will ich es nennen? Wie will ich es nennen? Das hab ich mir noch gar nicht überlegt. Ähm, ich sag's jetzt mal so, es ist ein Abschiedsvideo. Hört sich zwar jetzt sehr, sehr, ich sag mal, scheiße an, aber es geht leider nicht so weiter. Daher hab ich jetzt leider den Entschluss gefasst, meinen Kanal nicht zu schließen. Ha! Ich hab euch verarscht! Ja, ähm, wie ihr es hier jetzt schon auf meinem PC sehen könnt, äh, dieser PC ist jetzt am, äh, ja, man kann sagen am Ende seines Lateins angekommen. Ich werde den PC wechseln und da geht's natürlich mit neun, ganz neuen Videos bei mir auf dem Kanal weiter. Wer jetzt geglaubt hat, dass ich meinen Kanal zumache oder gar nichts mehr bei YouTube hochlade, der ist natürlich ganz falsch gewickelt. Wer das jetzt geglaubt hat, ha, ich hab euch verarscht! Von vorne bis hin. Naja, auf jeden Fall bei mir, äh, wird sich jetzt einiges tun mit meiner Schulter. Das ist ja soweit wieder jetzt im grünen Bereich. Und, ja, wir wollen mal gucken, was dann der neue PC so, äh, an Leistung bringt. Es ist auf jeden Fall, äh, ein besseres Gerät, als ich jetzt derzeit zur Verfügung habe. Und, ja, also seid auf jeden Fall gespannt, so ungefähr ab Mitte Mai, sagen wir mal so, ungefähr so zum 12., 13. Mai, wird es dann mit neun Videos losgehen. Und, ja, da freue ich mich natürlich schon richtig drauf. Und, ähm, ja, mir bleibt jetzt eigentlich gar nichts weiter zu sagen. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdessen, äh, wegen diesem kleinen, lustigen Verarschungsvideo trotzdessen auf meinem Kanal bleibt. Und, ja, ich hoffe auch, ihr seid in den neuen Videos dann dabei. Ich sage Tschüssikowski und bis zu den neuen Videos bei mir, dem Kegel-Let's-Player, auf meinem Kanal. Bis dann, Tschüssikowski!